Mein Freund, Florian Stolmer, das ist eine wirkliche Bavarian Tracht von Miesbach, von Tegernsee, von Upper Bavaria. Das ist eine wirkliche Bavarian-Fashion. Du siehst die grünen Jackets und die kurzen Lederhosen und die wunderschönen Hats. Sag mal was auf Bordisch, sag Servus, wie geht's? Ja, Blut von der Katze, wie geht's in euch? Gut, gut geht's mir, gut schau's aus. Echter, echter Bayer, die echte Lederhosen, die echte Alte Racht. Nicht das Verpreiste, das echte, so wie es sich gehört. Da werden sie in Amerika rein, wenn sie das sehen. Das gefällt dir nicht. Die Bavarian Tracht ist in der color of white, blue, green. Jetzt haben wir die realen und traditionellen Tracht von Bavaria. Ich bin Florian Stolmer. Für mehr Informationen auf Oktoberfest, die größte Bierfest in der Welt, bitte check out my book Florian Stolmer's Quick Guide to the Oktoberfest, available on Amazon.com. You can find the link below. So long, friends. Sam. I like to show you an. You can find the link in the description here. Vielen Dank.